Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir einen Slide-Dropper. Freunde, das Ganze hat Odoman aufgenommen. Und er hat gesagt, ey, lasst uns das doch beide machen, Freunde. Kurz geht raus dafür an Odoman. Wir haben Röhrchen, wo es Hindernisse gibt. Wir müssen da durchsliden. Und wer als erstes ankommt, kriegt eine Waffe, Freunde. Wenn euch sowas gefällt, Like und Abo da lassen, Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen rein, let's go. So, Odoman, wie oft habe ich jetzt gerade Freunde in der Anmord gesagt? Ich sag so achtmal. Das war sehr freundlich, André, von dir. Auf jeden Fall. So, Friends. Fortnite ist Liebe, ja. Dementsprechend haben wir hier jetzt André und Odoman. Und deswegen wird es auch eine Folge auf der Map von Odoman, äh, für, von Odoman? Ja, von Odoman geben, Freunde. Die natürlich auch anders gestaltet sind. Dementsprechend guckt euch das auch gerne an. Ich glaube, seine kommt sogar als erstes. Also müsste die schon online sein, Freunde. Checkt das gerne ab. Wir gehen rein, Odoman. Prost. I'm ready, André. Wir sind heute auch im Partner-Look, weil es einfach der krasseste Skin ist, den jemals. Oh, 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 André. Ach, nee. Warum habe ich Ja gesagt, Digga? Sowas macht nicht mehr tot. Sag nicht, du schaffst es, First Strike. Oh, oh. Ich bin tot. Oh, zum Glück. Okay, okay, okay. Ducken, ducken. Panikmann hat natürlich hier den Nachteil. Digga, das ist ja übelst schwer, Mann. Yo, was erwartet er? Man muss so T-Pose gleichzeitig rechtsklicken. Rechtsklick machen? Ja, ja, rechtsklick. Warum rechtsklick, hä? Gleichzeitig rechts gehen und dabei irgendwie so nicht rumrutschen-mäßig. Und man muss springen und dabei darf man nicht rumrutschen-rutschen-mäßig. Mäßig. Oh mein Gott. Du hast es nicht, du hast es nicht. Ah. Nein. Daddy. Ich hasse Daddy. Okay, ich hab's. Hier ist ein Pokal. Hast du echt? Und es leuchtet blau. Uh. Oh, Mann. Ich warte auf dir. Ja, kann doch ein bisschen dauern. Bis gleich. Ja, bis dann. Tschüss. In der Zeit könnt ihr gerne abonnieren. Abonnieren uns beide, weil wir sind noch die einzigen, falls ihr euch nicht gemerkt habt, wir sind die einzigen, die noch Fortnite Creative machen, Freunde. Dementsprechend brauchen wir dicken Support von euch, weil wir dick sind. André. Oh, ho, ho, ho. Hallo. Hat nur gute fünf Minuten gedauert. Alles gut, Digga, alles gut. Ich wollte nur stecken ein bisschen. So, taktische Pistole. Tade von dir. Nimm natürlich ich, weil die broken ist. Tade von dir. Sehr intelligent früher und haben schon alles so, ihr wisst schon, so mit Wasser, Äquidukten und so ein Shit. Die waren richtig wild unterwegs. Kennst du nicht die Äquiduktus? Ich hab irgendein... Ich glaub, ich flieg, ich verstanden. Alles gut, ich leb noch. Ich hab irgendein Wort in die Dings reingeschmissen, aber ich glaub, das waren die Römer mit Äquidukten, oder? Mit diesen Wasserleitungen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaub, die Römer sind. Auf jeden Fall waren die Ägypter sehr intelligent früher, Freunde. Die waren wild. So, ich würd sagen, wir gehen ins nächste Level. War das jetzt richtig oder falsch? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Das war richtig. Ja, ne? Es war eigentlich so, es war so simpel, dass ich gar nicht mal drüber nachgedacht hab. Ist so. Wie? Junge. Yo. Ey, wenn man dagegen kommt, stirbt man nicht. Yo. Oh mein Gott, ich bin so ein Profi. Nein, hast du nicht. Freunde, guck mal, das ist das Ding. Ohne Mann, ich brauch dich eigentlich, weil sonst würden meine Videos zwei Minuten gehen, weil ich alles First-Train mach, Digga. Was klar machst du? Ich bin auch da. Ja, ich glaub, man konnte auch nicht down gehen, irgendwie, ne? Man konnte nicht down gehen, Digga. Sei ehrlich, gegen wie viele Dinger bist du gebounced, Digga? Gegen zwei. Ja. Du bist schon gegen zwei gebounced, bevor ich losgegangen bin, Digga. Ich hab schon gehört, wie so Hockeyball, Digga. Donner-Schrotflinte, automatische Experten- oder schwere Schrotflinte. Wir nehmen natürlich die Donner-Friends, weil Gold macht einfach mehr Damage. So, Ullmann, hier geb ich dir die lila ne. Danke. Die ist eigentlich strong, kann man nix falsch machen. Kann man nix falsch machen. Okay, kriegen wir jetzt wieder ne Idioten-Test-File? Rekt ihr doch falsch, André. Wann wurde YouTube gegründet? 16. Februar? Wenn ich das jetzt fast-tripe mache, Freunde, dann müsst ihr mich so viel abonnieren, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Guck mal, mit so Rutschmenschen. So Dings halt. Ach so, mit Leuten, die noch auf dich schießen, oder was? Wir haben ein AP. Ich bin down. Ich bin weggegangen. Ich bin down. Man kann die sliceen, Bro. Kann man die abknallen? Man kann die abknallen. Ich hab Pistole. Sorry, Sir, I have to shoot you. Man kann halt nicht sterben, nur an denen. Ehre. Junge, warum belügst du mich? Ich bin gegen das rote Balken gekommen und bin gestirbt. Äh, nein. Doch. Nein. Okay, oder man hat ein Map erfunden. Äh, ich bin doch auch gerade dagegen gekommen. Ich hab's geschafft. Haha, du nur. Ich hab wieder meinen L-Kopf nach oben gemacht. Warum? Wichtig. Warum mach ich das? Wichtig an mir. Wichtig. Wetten, dass Excalibur. Excalibur. In the run. Bin da. Ich bin da. Ehrlich, bin nicht da. Ich hab's nicht geschafft. Slide in den. Ich bin wieder tot. Was ich gesteht hab, Mann. Ey, ich darf nicht zu viel extra falsch Deutsch reden, weil sonst geht es in mein Gehirn rein und irgendwann hab ich so Bewerbungsgespräche und so. Und dann erzähl ich dem so, ja, ich hab Fortnite geschwiegt, bin gestirbt. Bin gestirbt. Man kann nicht sterben, wenn man dagegen kommt. Kann man nicht sterben. Nein, kann man nicht. Kann man nicht. Kann man echt nicht. Dann komm halt nicht dagegen. Dann bin ich halt anscheinend nicht dagegen gekommen. Endlich hat er was zugegeben, Freunde, dass er einfach falsch gelegen hat. Dass ich einfach besser bin als du. Guck mal, wer mein Mikrofon? Wer mein Mikrofon? Ich würd's mir gerne in meine Nase stecken. Ich hasse sowas, Digga. Ich werd immer todesaggressiv bei... Also tot. Ich bin... Wie war das nochmal mit... Oh, zum Glück ist Odoman dabei. Dann dauert die Aufnahme nicht zwei Minuten. Dann schon wieder ist er gestorben. Ich sterb die ganze Zeit am Anfang wie so ein Odoman, Digga. Ja, weil du irgendwo gegenkommst und nicht stirbst. Was laberst du? Ich bin noch nie irgendwo hingekommen. Okay, jetzt. First try. Oh Gott. Ist okay, Digga. Ist okay, Junge. Hallo. Hey, wo bist du? Hier. Achso, Digga. Ich hab dich nicht gesehen, weil du so getarnt warst. Auf gar keinen Fall, André. Auf gar keinen Fall. Ja, ist egal. Ich nehm alle davon. Mir ist egal. Ich nehm gar keine davon, weil meine Pumpkanne besser ist. Deswegen, okay, dann weiter. Ja, let's go. Okay, die Frage ist... Wann wurde Deutschland Weltmeister in Fußball? Boah, absolut kein Plan. Ich glaub 2010. Das war falsch. Das war 14, Digga. Ah, cringe. Freunde, gar nicht meins. Kein Plan. Sowas merke ich mir nicht. Für mich ist das Wissen, das weiß man so random oder halt nicht. Oder eigentlich ist so. Oder man. Komm rein, André. Komm rein. Hast du schon gesagt, dass du heute... Ist Schwimmen das leidende Droppe, Deffra? Ja, man. Man kann sich gegenseitig blockieren so auf. Richtig geil. Kappa. Oh mein Gott. Oder man geht safe down. Ich bin safe erster jetzt. Easy, Bro. Das ist mein Level. Ich bin ein Dings. Ein Wassermensch. Mich nennt mal Poseidon Sohn. Ich bin drin erster. Ah, Digga. Ich war direkt dahinter. Okay. Die sind alle stark. Deswegen ist egal. Ich nehm dich hier mal. Mach mal was anderes. Ja, und du kriegst deine Kampfschwanz. Uh. Guck mal, ich bin ein Gönner. Nicht so wie du. Okay? Richtig oder falsch, André? Wann ist Obama geboren, Mann? Juge, fehlt Jungs? Keine Ahnung. Ich sag 1961. Ich sag 67. Ist falsch. Junge, ohne... Digga. Bist du Dings Google geworden oder was? Ich war der beste Freund von Obama damals. Ja, ich merk schon. Der hat mich auch so gefragt, so... Hey, man. How we do this special Einheit? Und ich hab gesagt, and you go. And then you go. Du kleiner Hund. Du kleiner Hund. Wenn du das jetzt schaffst, ne? Oh. Oh. Ich bin tot. Das heißt Krieg, André, ne? Nein. Doch. Das heißt Krieg. Das heißt die Regeln. Das heißt... Wer zuerst geschießt hat, darf einmal abgeschießt werden. Sterben. Das ist schwer stark. Unnormal. Bad. Bad. Was? Ich fühl das anders gerade. Das bin so Dings. Man muss bremsen. Ich bin Neo von Matrix. Neo von Matrix. Ich hab's geschafft. Endlich hab ich mal wieder. Digga, ich brauch Odoman, Freunde, weil sonst wäre das Video fünf Minuten lang. Junge. Ihhh, Junge. Was ist das denn? Habt ihr schon mal gemerkt? Ich hör mich manchmal an wie Lightskin, Digga. Ihhh, Junge. Ihhh, Junge. So. Odoman. Ihhh, Junge. Dann schaff ich's mal und dann kommt so ein Scheiße. Der kommt so ein Scheiß, Digga. Ich gönn dir... Der große Frost würde ich sagen, aber Digga, es ist so anstrengend, wenn du die Waffe hast. Du spams es die ganze Zeit, bis man keinen Bock mehr hat. Komm, gib mir einfach den Bogen. Na, verdammt, Mann. Ich gönne dir den Bogen. Komm, gib mir den Bogen. So sieht's aus nämlich, Digga. Okay. Frage. Frage. Wann entstand das deutsche Kaiserreich? Bro. Digga, keine Ahnung. 1868. Keine Ahnung? Da wurdest du auch mal geboren, oder? Als hätte ich in Geschichte aufgepasst oder so. Wieder falsch. Wetten, Odomat, richtig? Ich hatte auch falsch. Okay. Das ist total false. Boah, geil. Ja, ja. Diese Tile-Drops. Ja, ja. Dieses Tile mit Piano. Easy, André. Sag ich dir early. Ich war übel wild in dem Game. Da hast du so den, 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 den. Ich hab's. Okay, das war ja First-Tray. Eigentlich müssen wir uns gegenseitig abstimmen, weil wenn jemand First-Tray macht, nur weil du angefangen hast, ist ja nicht, dass du der Erster bist. Das ist richtig, was du sagst. Das heißt, André, was machen wir jetzt? Naja, weil die sind auch sehr unfair, die Sachen. Ja, ich nehm's auf, Peck, du Chili. Komm. Egal. Im Endeffekt benutzt man das eh nur zum Heilen. Und das heilt ja gleich. So, Frage, Odoman, lies vor. Wann war das iPhone 2 vorbestellbar, Digga? Nein, das iPhone, ohne E. iPhone. Äh, ich sag 23. April. Bruder, ich sag iPhone war 12. Ach, Digga, Odoman, rate immer nur am Raten, weil er so ein Rate ist, Junge. Ich bin der Beste, der, komm hier in die Galaxy. Komm hier, ich fang jetzt an, damit ich anfange. Feier ich, dass du wieder an den Kindern stirbst und ich nicht? Hä? Ich hasse diese Teile, Junge, wirklich. Ich hab das schon gelesen, brauchst gar nichts zu tun, als wärst du es gar nichts zu tun. Ja, okay. Ander hier ganz easy vorne, Bro. Denn ich bin lit. Äh. Hast du gestoppt, ehrlich? Äh, normal, normal. Was denkst du, wer ich bin, Junge? Das ist ja übel, Easy. Ja, 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 deswegen bist du nicht hier. Ah, Odoman, down. Noob XD, Roffel. Roffel, Helikopter. So, wir können das schon mal entscheiden, Friends. Welche Waffe würdet ihr hier nehmen? Boombogen, Scheusaljäger oder Urzeitbogen? Eigentlich Boombogen auf Safe, weil ich hab auch noch keine Sniper und ich weiß nicht, ob ich eine bekomme. Ja, kriegst du es nicht hin? Alter, okay, ganz kurz. Ja, okay, ganz kurz. Ado. Hast du es geschafft? Ja. Nur weil ich mein Mord ganz kurz kalt, ja? Ja, ganz kurz, einfach so. Okay. Ja, ich nehm... Ah, was nehm ich dafür weg? Ich nehm diese... Diese Waffe ist einfach kacke im Fight. Deswegen nehm wir das so. Ich nehm gar nix hier, Digga. Ja, irgendwie nicht, ne? Einfach Müll, Digga. Okay, also, was ist das beliebteste Getränk außer Wasser in 2018? Safe Cola. Tee. Es ist Tee, es ist auch so klar, weil die Frage einfach so random war, Digga. Ja, eigentlich wirklich, ne? Aber das Ding ist, Tee ist gar nichts für mich, Freunde. Das trinke ich nur, wenn ich erkältet bin oder so. Tee ist Baba, Digga. Ja, das Ding ist, du machst es, es ist heiß, du kannst nicht trinken, dann machst du so, auf einmal brennt die ganze Zunge weg, dann hast du die ganze Zeit Schmerzen im Mund. Genau. Deswegen, warte mal, haben wir das schon gemacht? Nein, hier, hier. Hier, okay, Odomar hat wieder The Track on The Tracks. Oh, hier warten. Plattform rückwärts. Ah, ah, ah. Ah, nicht rufen, nicht rufen. Zurück, zu, zu spät. Okay, okay, go, 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 go. Oh mein Gott. Bist du gestoppt? Okay, ohne trollen, ich lass dich laufen. Ne, hinter dir geht die Plattform weg, Digga. Sag nicht, du machst das First Try. Ich mach das First Try. Ach nee, Mann. Ich glaube, es ist noch nicht so weit, warte. Tu es, Junge, tu es. Ja, wie lange geht das, Junge? Die Trot ist lang, aber ich bin gleich am Ende. Ja, easy, easy. Ist du? Hörst du? Ich bin noch nicht, du, du. Du bist so ein Affe. Du hast gesagt, easy, easy, Junge. Dann hab ich gedrückt. Ja, warte auf mich jetzt. Lass zusammen machen. Ja, okay. Das war echt nicht extra. Ich wollte dir nicht freuen. Ich war weiter. Ich hätte gewonnen. Ich hätte echt gewonnen. Ja, ja, safe, komm. Ja, eigentlich muss man... Das Tod ist leicht, Bro. Ich weiß nicht, ob du das stimmst. Junge, muck nicht. Muck du nicht, okay? Ich auch. Ich hab mehr Earnings. Nein. Doch, 500 Euro, glaube ich. Nein. Du hast mal zwei. Ich hab zwei, fünf gewonnen. Nein. Das heißt, ich bin der bessere Spieler. Das stimmt nicht. Garit. Garit. Normalerweise hätte ich zehn gewonnen. Was ist das denn hier, Junge? Ja, hier war ich. Und dann hast du gedrückt, du Otto. Ja. Normalerweise hätte Odoman echt 10.000 gewonnen, Freunde. Aber dann sind ja ein paar Leute disconnected und haben so getan, als wäre das unfair. Weißt du? Mhm. Aber Disconnect ist halt Pech, ne? Da hast du Pech gehabt. Da hast du Pech gehabt. Oh. Odoman, entscheid dir. Was ist das? Boom-Scharfschützengewehr? Ja, okay. Boom-Sniper. Okay, ich will mal nicht so sein, André. Weil ich die hier hab, darfst du dir die Buhnen nehmen. Wir können tauschen, wenn du willst. Ich tausch gar nichts. Hau ab, Junge. Biss dich. Ich nimm gar nichts. Ich hab schon stabile Loadout eigentlich. Na, eigentlich schon, ne? Ausdruck ist doch was krasses. Oh, wann wurde Artikel 13 besprochen, Wodemann? Keine Ahnung, 26. Hab ich auch 26. Junge, endlich hab ich mal was richtig, Mann. Let's go! Oder Helfer für Ideen, Kaya, Odu-Dropper gebaut von Ofen. Ah, guck mal, jemand anderes hat für dich die gebaut. Ah, hab ich gar nicht erzählt, Freunde. Oh, ne Buri, also der hier hat das für uns gebaut. Ich wollte einmal gucken, wie das aussieht mit dem Schwer. Das Ding ist echt wild. Okay, wir müssen zu dem hier, oder? Warte mal, was ist hier? Propwaffe. Oh, Digga. Aber dann verliere ich doch ne Sache. Das war jetzt lost. Also, Propwaffe machen, ohne, egal. Wahrscheinlich geht es gar nicht ohne, oder? Doch. Das wird, glaub ich, nicht gehen, André. Doch. Think so, I think so not. Soll ich dir Trick sagen? Wie? Nein, warum soll ich dir helfen? Wir sind gegeneinander. Ich bin immer so der Helfer, man, weißt du? Aber ich helfe dir nicht. Ich lasse dich einfach für einmal hierbleiben. Ich bin tot. Ich denke, ich gönne dir, dass du tot bist, Digga, wirklich. Na, te ben ja. Übel einfach, hä? Ich bin tot. Ohohohohoho. I got it. You got it, not. Ah, ich hab mir auf die Zunge gebissen. Ja, gönne ich dir, Digga. Ah, ich glaube, sie blutet jetzt. Okay. Äh, Hammersturmgewehr? Trommelgewehr? Oder Mieders Trommelgewehr? Da brauchen wir nicht lange überlegen, Friends. Da werde ich, glaube ich... Den Hammer nehmen. Sehr ehrlich. Äh, da werde ich, glaube ich, die Pistole rauslegen? Na, doch. Ey, Digga, es gibt halt auch kein Entkommen, gell? Ah, wisst ihr was? Ich nimm keine Pumpgun mit. Weil ich mach mal ohne. Wir werden eh noch ein bisschen brauchen, Freunde. Deswegen machen wir einen kleinen Cut, bis Rottoman da ist. Rottoman. André. Das hat jetzt sieben Minuten gedauert. Ich will nicht mehr. Wir haben aber noch einen vor uns, Junge. Okay. Okay, ich hab schon... Ich hab das Mieders Trommelgewehr genommen. Deswegen kannst du dir gerne aussuchen zwischen Trommelgewehr normal und Hammersturmgewehr. Wenn du eins davon haben willst. Ich bleib noch. Ich bleib noch mit meinem... Ich geh noch mit meinem. Okay. Dann lesen Sie bitte vor. Was ist der Jugendwort 2022? Das Jugendwort 2022. Genau das. Süüü oder Smash? Ich sag Smash, weil Smash ist so eher verbreitet. Süüü ist so eher Internethumor. Ich hab auch Smash gesagt. Ja, das war richtig. Letzter Level, André. Wieso laufe ich da hin? So. Gedrochen, Digga. Oh nein, André. Was steht da? Tanken. Tanz. Ich hab getankt. Ich auch. Ich glaub, man muss getankt bleiben, André. Durchgehend sagst du? Ich glaube, warte mal, ich mache mal jetzt einen Getank, was durchgehend geht. Man muss das direkt am Anfang machen, oder? Das ist ja ultra schwer. Das ist todeschwer. Wenn man runterfällt, ist es vorbei. Man kommt. Ich habe es nicht bekommen. Nein. Nein. Man muss davor tanzen. Also man muss schnell Emote drücken, glaube ich. Okay, warte, warte. Wir machen die Taktik anders. Geht auch nicht. Man muss das irgendwie vorher machen. Ich glaube, wir können so ein bisschen bremsen. Ich habe eine Idee. Ja, man hört aber auf, wenn man links und rechts geht. Das hat keinen Sinn zusammen. Das ist wie Nutella mit Käse. Obwohl, das habe ich gehört, soll geil schminken. Es soll, ja, je nachdem, was für ein Käse, ne? Aber ich habe es. Ich bin durch. Wie hast du es hinbekommen? Du musst immer, wenn du blau wirst, musst du einfach B drücken und dann macht den Emote ganz schnell und dann kannst du weiter. Ah, okay, Friends. Du musst blau und dann musst du direkt drücken. Du bist echt schnell. Du musst einfach nur B drücken. Man muss gar nicht auswählen, welches man nimmt. So einen auf den. Guck jetzt. Probier mal. Zack, Emote. Ja, okay. Woher soll man das wissen? Ja, das ist aber auch Minimeterarbeit. Das hat ja nichts mit Tanz zu tun. Das ist ja einfach nur den Emote-Button-Spam. Ja, ja, ja. Okay, ich bin zwar gegen die Wand gekommen, aber ich bin nicht gedownt gewesen. So was wäre cool mit einer Erklärung davor. Aber wir haben es hinbekommen, Friends. Buri hat es auch nochmal gezeigt. Es hat funktioniert. Eben gerade habe ich sie geflamed, dass sie es nicht getestet haben, aber sie haben es wohl getestet. So. Oh, Mann. Fische. Ich nimm den. Ja, war klar. Du kannst nehmen, was du willst. Splashies oder Schildfisch. Oder wir machen so. Schmeißen die Kampfschrot weg und nehmen das Schildfisch. Oh, okay. Und dann... Oder Saufpack weg und Schildfisch. Weil Schildfisch ist relativ schnell gesnackt, Freunde. Saufpack muss man halt... Muss man dauert ein bisschen. So hinschmeißen. Das dauert ein bisschen. Ich glaube, ich nehme Schildfisch weg. Let's go. Was ist Buri seine Lieblingsfarbe? Woher soll ich das wissen? Aber warte, vielleicht, Odoman, wenn wir uns die Map vor Augen halten, sehen wir das. Ich würde sagen, so blau-mäßig. Habe ich auch gesagt. Ist falsch. Ist falsch. Ja, okay. Schade. Aber er hat dieselbe Lieblingsfarbe wie ich, Freunde. Deswegen passt. Fight Map, Odoman. Fight Map. Ich gehe Team 3. Okay. Okay. Bist du bereit? Wir sehen unseren Namen auf Hacker-Modus 94. Du weißt, was für ein Sniper ich habe. Du weißt, was für ein Adler-Urge ich bin. Was geht bei dir? Dann kriegst du erstmal deine eigene Medizin, Digga. Gönn ich dir. Gönn ich dir, Digga. Hat er mir einen No-Scope gegeben auf Lucky, Mackie. Lucky. Okay. Ich muss sagen, die Fight Map macht mich ein bisschen brain-dead. Ja, komm. Ja, komm. Du kommst jetzt wieder im Nahkampf, weil du sonst nichts triffst. Komm. Hat er geschmeckt? Ja. Hat er geschmeckt? Ah, nee. Nicht so. Okay. Ein kleiner Kaktus-Camper. Komm, ein kleiner Kack-Camper. Hat er geschmeckt? Hat er geschmeckt? Ja. Du kleiner Ekel-Paket. Du denkst, ich bin doof, oder was? Ein kleiner Ekel-Paket, okay. Machen wir unfair? Machen wir unfair? Ey, was ist so unfair, Junge. Wollen wir uns ganz weit mit Dings einen Hit machen und dann wieder hochheilen, oder was? Hat er geschmeckt? Ah, wilder Fight. Oder man hat hier den Vorteil, er kann mehr No-Skopen. Ich seh dich nicht! Junge, du bist todesgetatet an diesen grünen Dingern. Ich hab ihn irgendwie nicht gesehen. Ich hab kurz Dings-Shiel-Auge gehabt auf einmal. Ich wollte dir einen Fisch in die Fresse werfen. Warum? Weiß ich nicht. Okay, 2-2, oder? Ja. Bin mir gar nicht sicher. Doch, 2-2 müsste es sein. Oh mein Gott! Ich wollte dich mit dem... Komm, B-Lisleben! Okay. 1-8-7! Nein. Ich war aber Loa schon. Oh, in den Kopf sogar. Will der Shot. Aua. Du heizt dich auf Ehre-Bust. Du bist ehrelos! Die Sonne ist so broken. Komm, B-Lisleben! Komm, B-Lisleben! Junge, der Baum, der Weisheit war da, Digga. Nein, ich muss nachladen. Oh mein Gott! Okay. Okay, also, normales Duell habe ich gewonnen. B-Lisleben hat Odoman gewonnen, Freunde. Ich würde sagen, gleich schon. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da. Checkt die Jungs ab. Ja, Odoman hat sogar zwei. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.